Ja, hallo ihr Lieben, mit der Dating App geht weiter, wird wahrscheinlich Soulmatching heißen und genau, da wird gerade fleißig die ersten Vorbereitungen getroffen und ich kann 100 Einladungen vergeben für diesen Anfangsprozess, wo man sich einbringen kann. Mit Wünschen und was man auch gar keinen Fall will in so einer Dating App und ja, also denke, wäre eigentlich ein interessantes Projekt und dann wird gleichzeitig geguckt, so was werden denn so die typischen Teilnehmer, die ja jetzt im Wesentlichen erstmal aus meiner Fanbase kommen sozusagen, was haben die zu demografische Gesichtspunkte und so weiter. Wie auch immer, wenn du dich dafür interessierst, komm mal vorbei auf liebeschip.de, schrägstrich soulmatching, bin ich hier oben mal ein, auch und ich schreibe es auch nochmal unten drunter und das Video. Ein paar Hinweise haben wir glaube ich noch, gestern Abend waren so zwei Drittel weg, aber klar, notfalls losen wir ein bisschen und schauen mal. Ja, ansonsten, was gibt es noch, der Ad-Korbindungsängster-Kurs will ich heute weitermachen, kommt bald raus, wird bestimmt sehr cool. Und am Wochenende sind wir auch nochmal auf Twitch, weiß ich nicht, ob Samstag oder Sonntag, muss ich mal gucken. Und genau, ansonsten würden wir gerne die libysche Party planen, aber das ist ja, ich weiß nicht, es sieht ja aus wie das nächste Jahr, wo man keine Veranstaltungen machen kann. Aber, keine Ahnung, lassen wir es mal überraschen, ihr könnt das ja alle manifestieren, dass das wieder geht. Ich habe mir ja ein bisschen viel Schnee manifestiert, glaube ich. Leider habe ich vergessen zu manifestieren, dass die Lüfte auch auf sind irgendwie. Naja, Spaß beiseite, wir sehen uns bald wieder.